willkommen zu diesem neuen video vor einiger zeit einige die jetzt schon länger dabei sind von euch wissen es haben der youtuber phil flow phil also felix und ich mal zusammen ein giveaway für euch gestartet unsere beiden kanäle wir wissen beschäftigen sich eigentlich hauptsächlich mit dem thema smart home deswegen was haben wir damals an euch verschenkt natürlich passend ein echo dot das ganze kam super an wir hatten hunderte teilnahmen und dachten uns ja das ganze können wir doch irgendwie noch mal wiederholen denn es hat euch sehr gefreut dass wir das ja für euch in die hand genommen haben und das ganze für euch möglich gemacht haben deswegen haben wir gedacht kaufen wir doch noch direkt noch mal so ein echo dort aber diesmal natürlich nicht nur ein echo dort nein es gibt verschiedene produkte zu gewinnen das ganze ist jetzt einfach wieder ein giveaway als dankeschön von uns an euch und es gibt drei verschiedene produkte zu gewinnen also platz 1 2 und 3 platz 1 gewinnt ihr könnt euch denken noch mal einen echo dort platz 2 gewinnt diese wlan steckdose ihr seht sicher noch mal verlinkt felix hat dazu neulich mal ein video gemacht die kam super gut bei euch an und deswegen haben wir gedacht ja davon dann einfach auch noch mal eine an euch raushauen und platz 3 gewinnt diese action cam zu dieser action cam habe ich ein video neulich mal gemacht für alle die es noch nicht gesehen haben findet ihr auch noch mal verlinkt in den infokarten und ja ich hoffe natürlich dass ihr alle mitmacht wieder fleißig und ich wünsche euch allen viel glück teilnahmebedingungen stehen alle noch mal explizit unten in der video box video beschreibung verlinkt ich kann es trotzdem noch mal kurz ansprechen was müsst ihr machen ihr müsst einen kommentar wirklich wichtig nur einen kommentar denn das ganze wird per zufalls generator ausgewertet müsst ihr einmal unter felix und unter meinem video felix video findet ihr natürlich auch verlinkt in der infobox müsst ihr jeweils einen kommentar schreiben dann müsst ihr natürlich beide videos leiten und beide kanäle abonnieren und eure abos am besten auf öffentlich stellen damit wir den gewinner dann auch wenn wir ihn ermittelt haben kurz überprüfen können auf alles stimmt in diesem sinne würde ich sagen war es das auch schon es ist nur ein kleines info video falls ihr noch nicht teil meiner facebook community seid treten wir unbedingt in meiner facebook gruppe bei dort könnt ihr dann persönlich mit mir direkt schreiben denn das ganze ist doch sehr kompliziert wenn ich hier auf diesen ganzen verschiedenen sozialen netzwerken mit euch kontakt halten will es kommen doch einige fragen deswegen meine bitte an euch wenn ihr wirklich da interessiert seid dann am besten einfach der gruppe beitreten dort sind auch gleichgesinnte natürlich wie ihr und ich versuche dort alle fragen natürlich zu beantworten in diesem sinne würde ich sagen noch eine schöne woche euch viel erfolg beim gewinnspiel und vielen dank fürs zuschauen bis dahin macht's gut ciao